Mit der einen Hand greife ich am Ärmel, mit der anderen Hand über den Arm auf den Rücken. Ich kann hier in die Jacke reingreifen. Mein Rücken zeigt zu Donis Bauch. Ich gehe tief in die Knie und schiebe mein Po, wie bei Hula Hula, zur Seite. Nun lade ich Doni auf, strecke meine Beine und ziehe am Arm. Ich führe ihn bis zum Ende, bis zum Boden und halte ihn am Ärmel fest. Noch einmal. Ärmel, Rücken, mein Rücken an seinen Bauch. Beide Füße zeigen in die gleiche Richtung. In die Knie, Po raus, ausheben und erfen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020